Willkommen. Komm doch näher, nur keine falsche Bescheidenheit. Ich lade dich ein in eine Welt voller Fantasie, Abenteuer und Horror. Also bleib doch und höre Geschichten über Kreaturen, die dich in deinen Träumen heimsuchen werden. Wirf einen Blick in die Gedanken eines gelbblütigen Psychopathen. Lass dich entführen an Orte jenseits deiner Vorstellungskraft. Und wenn dich meine Stimme nicht mehr loslassen kann, werde einer von uns und verfalle dem Wahnsinn. Jeden zweiten Tag um 19 Uhr. Hier auf YouTube.